Hallo und herzlich willkommen zurück zu HeidonLive, wo er uns die ganze Zeit hier hat verwirrt. So, bist du. Ja, bist du. Ich hab nie gespielt. Ey, dass ich dein Ernst, wie oft solche Scheiße noch machen? Ich darf nicht mal. Ich darf nicht mal. Ich darf nicht mal. Wo machen wir den? Da ist er. Nein, ich bin wieder tot. So ein nerviger Kahn. Das ist... Nervig, der Dude. Na, die Leute. Wann ich mich wieder? Oh, ich hab jetzt. Ja, ich hab dich. Warum gibt es so viele Nibulons? Ich muss das wirklich. Ja, da ist. Ich bin echt. Ich bin echt. Ich bin echt. Ich werde dich, bevor es zu wenigstens. Er ist echt. Oh, das ist echt. Ich werde mich schon mal. Und in Minecraft. Was ich mit dir? Ich werde mich noch mal. Ich werde mich zuerst. wenig damage viel zu wenig damage kannst du deine schnauze ja 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 oh mein gott wieder tot das war super easy yep it's me again a whole lot of me there's so many of them how deep are you don't worry i'll kill you before it gets to oh my god oh my god oh oh it's lizzie's here hey idiot you need to come talk to me or mom and dad are gonna be pissed do you really think you're doing this to save humanity you do realize you're just playing the hero right everyone else is dying but you get to run around space with your little toys pretending to be the savior of the universe you're not a hero you're selfish this is all about you oh sure and you think you're the only one who can do that you think they don't have like space institutions in place to deal with villains like the g3 cartel i'm actually asking i have no idea i barely know anything about space it doesn't matter the point is this is all about you you didn't do anything with your life and now you want to play pretend hero well guess what it might actually be working i mean i don't know anyone else who's doing anything to stop the g3 this might actually be it might be the right thing for you to do oh my god you you really are humanity's only hope aren't you fuck another hole what is this the the hit indie game donut county which i highly recommend if you're playing this right now but you know pick it up it's only it's sometimes on sale it's only 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 it's Der sitzt erst mal auf dem Scheißhaus. Könnte das sein? Na? Gott. Oh! Komm mal einer zeigen! Kommt der Vogel schon wieder. Wie geht's? Nehmt du eine Motivation, um zu gehen? Wie geht's für einen Award? Hier, hol den einen, der sagt, dass du all deinen in-game-Play-Time an einem Alien-Strip-Club verwendest. Oh, das ist permanent, by the way. Jeder auf deiner Freundsliste kann das jetzt immer wieder sehen. Ah, ja nicht, man. Oh, nein! Hm? 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 Ha 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 ha! Was that even the real me? Gott! Du bist wirklich ein locket im Endeffekt! Ich Förster cho specialty! Mutta mir auch schon auf deinemются Might! Du hast, wie du genug Probleme Oh, Bounty Hunters! Oh mein Gott, du hast mich gefunden! Ich war überraschend, dass ich dich verloren habe! Da ist mein Freund, da sind wir! Ich war auf der Fense für einen Moment, aber ich wusste, dass du mich nicht hinterlassen würdest. Über Zeit? Wie hast du das überhaupt ohne mich? Ich hab alle okay. Ich hab alle okay. Ich hab alle okay. Oh, großartig! Ein weiterer Blank Void! Wie haben wir hier raus? Kenne, 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 was ist das jetzt? Ich weiß nicht. Oh, Kenne. Entschuldigung, okay? Entschuldigung, dass ich alle weggebracht habe. Ich war selbst und schuldig. Und ich habe mich für jeden Tag verletzt. Und ich bin so glücklich, dass ich alle von euch gefunden habe, weil ihr mir wiederum gegeben hat. Oh, Kenne. Well, nicht so schuldig. Ich bin so glücklich, dass wir alles richtig sind. Ich kann. Wir alle können. Ich bin ehrlich, ich habe alles gegebenen, bevor ihr alle kamen. Before ich alle von euch gefunden habe. Aber wir sind ein Team. Und wir sind unstoppalle. Gott, er ist richtig. Du meinst. Ja, dumm. Wir haben alle Fehler gemacht. Ich meine, nicht Kenne-Level, Planet-Wide Genocide-Mistakes. Aber wir haben alle schuldig gemacht. Und wir haben alle gemacht. Und wir haben keine Möglichkeit, dass Ihr große, 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 kleine, vor der ganzen G3 zu lassen. Also, wir haben alle Bordelgegen-Mistakes. So, wir werden alle von der G3-Mistake-Mistake-Mistake-Mitieren. Ja, das hört gut. Alles, was es aussieht. Alles, was sie gerade gesagt hat, ist wirklich gut und smart. Ich liebe euch alle so viel. Ihr der ersten Real-Familie ich noch mal hatte. Except für meine littleen Kinder, ich spiele schüße an. Bad Guys. Und die Familie ich vermutlich hatte, bevor die G3 mit meinem Gehirn verletzt und verletzt alle meine Erinnerungen. Los geht's, Bounty Hunter, als Familie! Danke, alle. Los geht's! All right, das ist es. Ich werde all deine Game Data entfernen. Ich kann das tun. Es ist einfach. Du musst beginnen. Hier geht's. Du bereit? Okay, das funktioniert? Nein? Shit, du bist noch hier? Ich weiß nicht, wie ich das tun kann. Never mind, forget das! Ich geb dir gleich Spielstand, löschen. Der Vogel jetzt. What are you doing? You're supposed to be spiraling into darkness, not growing stronger! This shouldn't be happening! I don't give a damn dark shit! Most people can't handle this! Stop fighting back! You're supposed to be darker than me! Wait, don't tell me you. These are the actual fucking hell! No mercy for that fucker! Stop! Oh! Oh. Okay, the earth coordinate should be logged in here somewhere. Fuck yeah, biatch, we got em. Und die denen ab. Die bestückt die Nippel. Es war mir so klar, wir schneiden Nippel ab. Oh, Jesus. Ich muss wieder eine neue Arbeit suchen. Sorry. Ah, fertig. Whoa, be careful with him! Real smooth, Gene. That's supposed to happen. I know. I meant that sincerely. I just don't know actually how to be nice to you. Gene almost killed your supergun all over again. Don't listen to her. I'm about to do some real Frankenstein shit here. Oh, God. I don't know if I'm going to be able to look him in the eye. That's fine. I think we accidentally severed his optic nerves earlier. What are you staring at, dork? Oh, yeah, right. Gene, best buds, we had a real bonding moment a little while ago when I was helping him stuff a bag of dicks down his throat. Yeah. Dream on, kid. I hope your sister gets space chlamydia. Wow, yeah, no, they're getting along. All right. Almost got it. Stand back, everyone. Here we go. Is he? Wait for it. Let's do it. Les? Is that... is that you? Let's do it. Oh. I might have fucked up his speech sentence, too. Let's do it. Let's do it. Talk to me. Let's do it. So what? All he can say is his name? This is sad. Listen, everything else I did was perfect. He can shoot, he can think, he can shit, he just can't talk right. But he's all in there, right? Like, he knows who I am? Let's do it. Les? I can't... Let's do it. I'm so sorry, I... Let's do it. I can't believe I didn't have to tell everybody what I did. Kenny, are you kidding me right now? Fuck off, Kenny. Penny. Fuck off. What? What? And I'm happy to see my friend, okay? Fuck. See? I'm not the worst scumbag here. Wow. This is really it, huh? Let's do it. You got the Earth coordinates, right? It's time for your final mission. Hey, let's do it. Hey, kid. Looks like we made a pretty good team. It's been quite the journey. This might be the end of the line, so make sure you finish up everything you wanted to do before we head back to Earth. You, uh, ready to go? You bet, kid. Take all the time you need. Hey, I know this has been hard. I'm... I'm really glad we have each other. But if you die, I'm gonna have to tell everyone about all that hentai I found on your computer. So don't die. Because I... I don't want to have to tell everyone about all your hentai. Nobody's gonna give a shit. Everyone in space loves hentai. It's great. Hentai, die Hentai-Shit erzählen, das wird... Ach, ist das gut. Love the shit. Ja gut, komm. Alright. You ready yet, bounty hunter? Les, dude. Alright then. You're gonna need Les, do it. Alright, let's do it. We got this. Les do it. Let's warp this house back to Earth. Les do it. Okay, dude. We get it. Les do it. We got this. We got this. We got this. Talk to me. I got one last thing. Once you step out of the house, we're gonna warp away to safety until the deed is done. That means you'll be on your own. No, not alone. The power of Gatlas will be on our side. Yeah. Yeah. No shit. We know that. I'm just... God. It was just a figure of speech, Kenny. Look. Garmentuus is tough. You might not be able to beat him even with Les do it. So, if push comes to shove, use this. What is it? A remote atomizer bomb. Intel says Garmentuus has thick skin like armor, but if you can get this inside him somehow, then trigger it remotely? Well, let's just say his guts should still be easy to fuck up. This'll blow him up for good. You really think we're gonna need that? I don't know. Just don't want you to die. You happy now? Happy that you forced me to admit I give a shit? Just take it. This thing was hard as hell to find. Thanks, Gene. You know, we care about you too. Okay, cool. Fuck off. Good luck. You've got this. Good luck. How cute they'll fucking die on me. We'll be waiting to celebrate with you when you're done. Holy shit, this is... This is awful. But there's still time to save your team. Let's do it. Let's do it. Holy shit, that's the lesson when I remember. God damn, he's a real powerhouse. Good thing we got him fixed up, huh? Oh, fuck, he's strong. I'm glad he's on our side. Wow, let's do it. You're so powerful. It's really impressive. Is everyone else seeing this? You guys gotta see this. Oh, shit. Let's do it. Oh, shit. No club. Let's do it. Let's do it. Wo did you go? Moin. Let's do it. Let's do it. Er sagt mir halt so, was ich jetzt kaputt machen soll. Oh, shit. Oh, shit. It's the bounty hunter. So few arms, girl. Oh, okay. Oh, okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Let's do it. Let's do it. Let's do it, girl. Fuck you, monster. Alter, der Boy, ey. Wir sind immer wieder ready, glaube ich. Geh da bei, drehen ihn. 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 Das war's für heute. das tut ich hab dich gerade mal auf warte mal so ein paar lappen brauche ich gerade nicht das ist für größere dinge geeignet hörst du auf zu twerk'n so dafür brauchen wir dich wieder jetzt er ist tot hab ich jetzt keinen rosa an den grad mehr, den ich... ja Da ist ja noch einer Setzt du es leer Geht euch im Park neu Geht euch Wir haben das Wir haben das Wir lernen so viel über uns Und wir arbeiten zusammen Wir haben ein paar Wir haben ein paar Wir werden nicht Wir werden es nicht In einem Wir haben wir mit dir Wir sind Aber Es ist nicht einfach Ja So wir werden 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 Das ist nicht wahr. Aber es ist nicht, nicht wahr. Okay, ich verstehe. Lass uns das machen. Lass es machen! Und ich bin hier auch. Neifee, dein Freund. Erinnerst du mich? Ich bin Neifee. Ein weiterer Swayze-Fan. Sie ist sehr populär mit... Ich meine... Lass es machen! Okay, gib mir das direkt, Leute. Glaubst du wirklich, dass wir Garmin-Jewis sind? Mit Let's Do It? Ja! Big time! Er macht das überhaupt nicht. Wir sind Unstoppable. Ja, ich denke. Wir können das tun, Kenny! Wir können das tun! Wir können das tun! Wir können das tun! Ich hoffe so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich alle wieder aufhören kann. Hi, da. Ich bin nur glücklich, dass ich helfen kann. Acht mal auf! Da brauchen wir Kenny. See? I'm still pretty handy, huh? Aaaaaaah! Was kommt? Shit, this is it! It's him! Oh, Gott! Oh Gott! So, Bounty Hunters and Friends. Are you ready to fucking die? What? No! We're not gonna die! W-Wasn't I clear? W-Wasn't I clear? What are you, you fucking diagrams? I told you you don't have a chance against me! You're gonna fucking die! I'm really fucking strong! And you killed all my men! You fucked with my operation! You trespassed on my territory! Do you understand why I'm going to fucking kill you right? Oh, listen, I understand what you're saying! Yeah, but... We're gonna fucking kill you, Garcia! Let me spell this out, so even a little tiny baby can understand it! I'm going to kill K-I-L-L-E! Forget the English here! Blaber dich so viel! You're my product! You're my product! I control you! You really don't understand how your own words do it! You think I'm evil! But no buzz! No MN! Oh, but dude! You're evil! You're my cut-and-try evil! Ah, shit! Gut, dann besiegen wir ihn halt in den nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal! I'll buy him! Na- If you do, I'm out in ese roman where we go. Say hi.